Wir haben heute Morgen sehr viel kompliziert eingecheckt und das Boot sollte um 12 Uhr, ach zwar schon, 10 Uhr ablegen. Jetzt ist es noch keiner halb elf. Und wir fahren tatsächlich und haben nichts davon gemerkt. Wir waren bis gerade in der Kabine, haben uns häuslich eingerichtet, haben eine First Class Kabine. Alles super, ich bin total zufrieden. Ich freue mich riesig, ich bin aufgeregt für jedes Mal dieses Schiff erkunden. Es ist riesig, echt gut. Überall die Männer in den weißen Uniformen. Ich fühle mich echt wie auf dem Taubstück. Ich freue mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach fast 60 Stunden laufen wir gerade eben im Hafen von Jakarta ein und haben zweieinhalb Tage Pelni-Fähre hinter uns. Eine ganz wunderbare Erfahrung, wie ich finde. Und die erste lange Seereise auf unserer gemeinsamen Reise. Ich bin sicher, Pelni wird uns wiedersehen. Nach wohin haben wir gemacht. Es war echt cool. Sehr aufregend.